So und willkommen zu einem neuen Video. Da sich ja viele Leute über den AMD-Box-Kühler beschweren, habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal einen kleinen Lautstärke-Test, wie laut dieser Kühler denn wirklich ist. Dazu habe ich den hier mal in der Box, der ist noch verpackt, benutze ich nicht. Ich benutze eine Wasserkühlung von Corsair mit einem anderen Lüfter, denn der dabei war, war viel zu laut. Ich schließe den jetzt einfach mal an. Dazu habe ich hier so ein kleines Netzteil, ein Molex, ein Adapter, so sieht es aus. Und Feuer frei. Also der ist jetzt so circa 15-20 cm von der Kamera weg. Und, ja, ich stehe circa 30 cm weg. Ich finde den eigentlich nicht wirklich laut. Und im Gehäuse ist er noch ein bisschen gedämmt, da weiß ich nicht ganz, wie sich es anhört. Aber so bleibt festzulegen, der ist nicht sehr laut. Obwohl der ein ziemlich unruhiges Lager hat, da der auch ziemlich große Lüfter-Schaufeln hat. Ihr seht ja auch dieser, ja, dieser Blockierpunkt, der ist ziemlich weit auseinander. Da gibt es schon bessere Lüfter. Aber normalerweise dürfte der auch ziemlich gut kühlen. Na gut, für eine 8-Kern-CPU. Der ist nämlich jetzt hier von dem 8320 AMD, den ich auch drin habe. Also den kann man verkraften, aber natürlich gibt es für 20, 30 Euro oder aufwärts bessere Lüfter für die CPU. Gut, das war es mit diesem Video. Weitere Videos von Lüftern folgen. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei 90's Hard & Software Reviews.